Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Immer wieder bieten wir Ihnen hier in diesem Podcast an, Fragen zu stellen und auch eigene Themen vorzuschlagen, um passgenau spannende Infos rund um die Geldanlage liefern zu können. Tja und heute ist es mal wieder soweit, denn wir wollen auf Ihre Anregungen hin Fragen rund um Anleihe-ETFs beantworten. Diese Fonds sollen ja eigentlich dabei helfen, ein Portfolio zu diversifizieren, haben aber seit knapp zwei Jahren zum Teil deutliche Verluste angehäuft. Woran das liegt, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, du bist ja bekanntermaßen ein echter ETF-Fan. Bist du somit eigentlich auch automatisch ein Fan von Anleihen-ETFs? Na klar bin ich auch ein Fan von Anleihen-ETFs, denn du weißt, ich liebe per se ETFs. Und man kann einfach da den Markt kostengünstig und breit gestreut abbilden. Denn auch bei Anleihen ist die Streuung extrem wichtig, insbesondere bei Unternehmensanleihen. Dazu kommt, dass man als Privatanleger mittlerweile oft gar nicht mehr in bestimmte Einzelanleihen investieren kann. Denn viele sind erst ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro handelbar. Und dann gibt es seit 2018 auch nur eine EU-Verordnung, die zwar gut gemeint ist, aber effektiv dazu geführt hat, dass private Investorinnen und Investoren von Einzelanleihen abgehalten werden. Dabei geht es darum, dass für Privatanleger spezielle Infoblätter angefertigt werden müssten, was aber sehr aufwendig ist. Darum haben die meisten Emittenten auf das Segment der Privatanleger verzichtet und konzentrieren sich auf institutionelle Investoren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass aktuell rund 85 Prozent der an der Börse Stuttgart notierten Unternehmensanleihen von dir und von mir schlichtweg nicht mehr erworben werden können. Mit Anleihen-ETFs dagegen kann man auch als Privatanleger in sämtliche Anleihetypen investieren. Und man muss dabei auch keine Mindestordergrößen berücksichtigen. Persönlich bin ich aber, wie du weißt, Andreas, ein Aktien-ETF-Fan. Vor allem wegen der letztlich doch besseren Renditechancen. Und trotzdem bleiben wir heute bei Anleihen-ETFs, wenn du erlaubst. Und Achtung, Achtung, ich habe gleich jetzt drei Fragen in einer. Ja, Karl, wie funktionieren Anleihen-ETFs genau? Wie lässt sich überhaupt ein Markt mit einem Anleihen-ETF möglichst korrekt und effizient abbilden? Denn darum geht es ja auch. Und die Frage, die sich da anschließt oder mit eingeschlossen ist, macht man das dann mit allen Anleihen des jeweiligen Marktes oder macht man das nur mit den größten Anleihen? Puh, guter Punkt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Im Grunde läuft es wie bei einem Aktien-ETF. Auch Anleihe-ETFs bilden passiv einen Anleihe-Index nach. Der Index wiederum setzt sich aus einer ganzen Menge Anleihen zusammen, die nach speziellen Kriterien ausgewählt werden, zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Um den Index nachzubilden, muss der ETF aber nicht unbedingt alle Anleihen des Indexes halten. Dazu genügt eine möglichst repräsentative Auswahl. Wie bei Aktien aktualisiert auch ein Anleihe-ETF regelmäßig seinen Wertpapierbestand entsprechend den Veränderungen beim zugrunde liegenden Index. Aktienindizes sind ja meist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Da haben also Aktien mit dem höchsten Börsenwert das höchste Gewicht und umgekehrt. Diese Gewichtungsmethode wird in der Regel auch bei Anleihe-Indizes angewandt. Die Besonderheit der Anleihe-Indizes liegt nun darin, dass die Marktkapitalisierung bei Anleihen etwas völlig anderes bedeutet als bei Aktien. Bei Aktien entspricht sie ja dem Marktwert des Eigenkapitals des dahinterstehenden Unternehmens. Bei Anleihen dagegen dem Marktwert der Schulden. Und genau das wird von einigen Investoren durchaus auch kritisch gesehen. Kannst du das an einem Beispiel erläutern, Karl? Nehmen wir mal ein ETF mit internationalen Staatsanleihen. Da ist es dann so, dass die Staaten mit einer höheren Verschuldung ein höheres Indexgewicht haben als Länder mit einer niedrigen Verschuldung. Um diesen Effekt abzumildern, gibt es in einigen Indizes zusätzliche Konstruktionsregeln, zum Beispiel Mindestanforderungen an die Bonität oder gar Maximalgewichte für einzelne Länder und Anleihen. Damit kommt man vielen Kritikern entgegen, die zu hohe Gewichte von relativ stark verschuldeten Ländern bzw. Unternehmen nicht so gut finden. Wobei es ja auch nicht so ist, dass Länder mit einer hohen Verschuldung auch zwangsläufig schlechte Schuldner sind. Denk nur mal an die USA. Die haben immerhin noch die zweitbeste Ratingnote der Welt und sind mit Abstand der weltgrößte Schuldner. Trotzdem aber gibt es sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft eine Diskussion darüber, ob es wirklich sinnvoll ist, ein internationales Anleihenportfolio an der Verschuldung der Emittenten auszurichten. Bei Aktien gibt es eine solche Diskussion nicht bzw. allenfalls am Rande. Da ist es im Grunde unbestritten, dass die Gewichtung nach Marktkapitalisierung das einzig konsistente Gewichtungsschema ist. Karl, weil du jetzt doch recht viel von Schulden gesprochen hast, lass mich auf die Bonität der Emittenten zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt die bei der Auswahl der Bonds für einen Anleihen-ETF? Ja, damit sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn bei der Bonität geht es ja um die Fähigkeit des Anleihen-Schuldners, die Zinsen und die Rückzahlung der Anleihe zu leisten. Welche Rolle das bei der ETF-Konstruktion spielt, kann man aber nicht pauschal sagen. Bei vielen Anleiheindizes und ETFs ergibt sich die Bonität der Anleihen nur indirekt. Wenn ein Index beispielsweise nach der Verschuldung gewichtet ist, dann folgt daraus durch die Einzelbonitäten der im Index versammelten Schuldner ja automatisch auch eine konkrete Bonitätsstruktur des Indexes bzw. ETF. Es gibt aber auch Indizes, die ganz gezielt bestimmte Bonitätsbereiche abdecken. Sehr gängig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Investment-Grade und Non-Investment-Grade-Anleihen. Dazu muss man wissen, dass die Schuldnerqualitäten von darauf spezialisierten Analysehäusern wie Standard & Poor's oder Moody's in einem Schulnotensystem bewertet werden. Das unterstützt die Investoren dabei, einzuschätzen, wie sicher es ist, dass ein Schuldner seine Zinsen ordnungsgemäß zahlt und am Ende der Laufzeit auch den Nennwert tilgt. Leider wird dabei kein einheitlicher Bonitätsschlüssel verwendet, sondern jede Agentur hat ihre eigenen. Die diversen Schlüsse sind sich allerdings sehr ähnlich. Bei Standard & Poor's zum Beispiel reicht die Skala von 3 mal A ausgezeichnet über 2 mal A, A und 2 mal B, B bis hinunter zu D, also Default, sprich Zahlungsausfahl, über insgesamt 22 Bonitätskategorien. Denn jede einzelne wird dann auch noch weiter mit Plus und Minus abgestuft. Da wir gerade schon bei den Kriterien sind, Karl, du hast die ganzen Buchstaben schon eben angesprochen. Was hat es jetzt mit diesem Investment-Grade oder Non-Investment-Grade-Anleihen auf sich? Also im Grunde ist das lediglich eine grobe Zweiteilung aller 22 Bonitätsnoten. Alles, was besser oder gleich 3 mal B ist, nennt man Investment-Grade-Anleihen. Und alles, was schlechter ist, also von B, B plus bis D, bezeichnet man als Non-Investment-Grade- oder Hochzinsanleihen. Und die haben zwar oft sehr hohe Renditen, aber eben auch ein relativ hohes Ausfallrisiko. Und das sollte man als Investor schon sehr ernst nehmen. Vor allem, wenn man sein Geld womöglich nur in einer einzigen Anleihe angelegt hat. Gerade der Blick auf die Bonität von Anleihen zeigt den Vorteil einer ETF-Anlage. Denn damit investierst du ja in eine Vielzahl von Anleihen und diversifizierst dadurch automatisch auch die Ausfallrisiken. Und es geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wer in Anleihen investiert, der sollte auch die Laufzeiten kennen. Also wie lange braucht die Anleihe noch, ehe sie komplett zurückgezahlt wird. Und das ist sicherlich auch wieder mit Risiken verbunden, Karl. Warum ist das so wichtig? Das Laufzeitenrisiko ist neben dem Bonitätsrisiko das zweite elementare Risiko bei Anleihen. Denn Kursverluste, aber auch Kursgewinne entstehen nicht nur durch die Veränderung der Bonität, sondern auch durch Änderung des allgemeinen Marktzinsniveaus. Wenn sich zum Beispiel die Bonität eines Emittenten verschlechtert, dann fallen ja die Kurse seiner Anleihen. Und es steigt zugleich ihre Rendite, weil man ja nun dieselbe Zinszahlung günstiger bekommt. Das Gleiche gilt aber auch, wenn sich das allgemeine Zinsniveau erhöht. Das kann zum Beispiel durch eine Erhöhung des Leitzinses durch die Zentralbank ausgelöst werden, wie im Jahr 2022. Steigt nun das Marktzinsniveau, dann fallen die Kurse der bereits am Markt gehandelten Anleihen. Grund, die von einer bestimmten Anleihe bis ans Ende der Laufzeit bezahlten Zinsen sind in ihrer Höhe ja festgelegt. Andererseits gibt es aber nun für neue Anleihen höhere Zinsen. Darum muss der Kurs der alten Anleihe fallen, damit sie auch im neuen Zinsumfeld noch attraktiv ist und Käufer findet. Und je länger Anleihen noch laufen, desto kräftiger fallen diese Kursveränderungen aus. Bei nur noch kurz laufenden Anleihen halten sich diese Kursschwankungen dagegen in engen Grenzen. Am Ende der Laufzeit zahlt der Emittent die Anleihe ja zum Nennwert von 100% zurück, vorausgesetzt er wird nicht zahlungsunfähig. Und wenn die Rückzahlung nicht mehr fern ist, dann sind bestehende Anleihen eben nicht mehr so sensibel für allgemeine Marktzinsveränderungen. Ein und derselbe Anstieg des Marktzinsniveaus schlägt also bei langen Laufzeiten stärker zu Buche. Darum spricht man auch von Laufzeitenrisiko. Also nochmal Kai, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat jeder Anleihe ein anderes Laufzeitenrisiko. Wie kenne ich denn aber dann das Laufzeitenrisiko eines ETF, der ja aus einer ganzen Reihe von Anleihen mit ganz unterschiedlichen Laufzeiten besteht? Ja, dafür gibt es zum Glück eine eigene Kennzahl, die sogenannte Duration. Das ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit aller Rückflüsse aus der Anleihe, das heißt aller Zinszahlungen und des Tilgungsbetrages. Und diese Duration kann man auch für einen Index, einem ETF oder auch ein ganzes ETF-Portfolio ermitteln. Und je höher die Duration, desto stärker reagiert der ETF auf das Portfolio auf Zinsveränderungen am Markt, desto höher also das Laufzeitenrisiko. Okay, dann haben wir das Grundsätzliche schon mal geklärt und wir können zu unseren Hörerfragen kommen, Karl. Da wird zum Beispiel folgendes gefragt, ich zitiere, mein leihenhaftes Verständnis ist, bei einer Anleihe eines einzelnen Unternehmens oder Staates kann ich im Marktumfeld steigender Zinsen meinen Verlust begrenzen, indem ich die Anleihe eben über die ganze Laufzeit halte und dann die nicht mehr attraktiven Zinsen einstreiche. Am Ende gibt es dann die 100 Prozent des Einsatzes zurück. Bei meinem ETF mit dem Bündel von langlaufenden Unternehmensanleihen, vermutlich unterschiedlicher Restlaufzeit, ist der Kurs allerdings um rund 20 Prozent gefallen und die oben genannte Haltestrategie funktioniert nicht. Zitat Ende, Karl. Was kann man da jetzt tun und wo liegt ein möglicher Denkfehler? Ja, da liegt tatsächlich ein kleines Missverständnis vor. Zunächst aber ist die in der Frage beschriebene Anleihenlogik völlig richtig dargestellt. Diese Logik funktioniert aber nicht nur bei einzelnen Anleihen, sondern auch bei ETFs. Nur merkt man das da nicht so stark, weil ETFs normalerweise in einer Vielzahl an Anleihen unterschiedlichster Fälligkeiten investiert sind. Während es bei einer einzelnen Anleihe nur einen Termin gibt, an dem sie zurückgezahlt wird, sind es bei einem ETF eine Vielzahl an Terminen, an denen auslaufende Anleihen getilgt werden. Auch hat ein ETF normalerweise keinen festen Termin, an dem er insgesamt ausläuft, sondern es werden sämtlich frei werdende Mittel wieder investiert. Und hier liegt übrigens sogar ein Vorteil eines ETFs gegenüber einer einzelnen Anleihe. Denn nehmen wir mal an, die Zinsen steigen, dann hat der ETF durch seine laufend frei werdenden Mittel die Möglichkeit, zu den nun höhere Zinsen einzusteigen. Dieser sogenannte Wiederanlage-Effekt wirkt sich langfristig positiv auf die Wertentwicklung aus. Dadurch können Kursverluste nach Zinsanstiegen abgemildert oder sogar überkompensiert werden, allerdings mit einer Einschränkung. Der negative Kurseffekt beeinflusst die Anleihe unmittelbar und zeitgleich mit dem erfolgten Zinsanstieg. Der Wiederanlage-Effekt benötigt dagegen eine bestimmte Zeit, damit sich sein Wert steigender Einfluss bemerkbar machen kann. Herr Karl, deshalb nochmal nachgefragt, hat unser Hörer jetzt die Frage nur gestellt, weil er etwas falsch verstanden hat? Nein, die Frage ist absolut berechtigt und der Mechanismus, dass man bei Anleihen Kursverluste aussitzen kann, weil sie ja bei Fälligkeit zu 100% getilgt werden, wurde ja völlig richtig beschrieben. Nur gilt das eben nicht nur für Einzelne, sondern auch für die Anleihen in einem ETF. Und da ist es nur nicht so offensichtlich, der eigentlich relevante Unterschied ist, dass Einzelanleihen an einem einzigen Termin fällig werden und ein ETF eben nicht, weil der keinen festen Fälligkeitstermin hat und auslaufende Anleihen in der Regel immer wieder verlängern wird. Aber genau das stört manche Anlegerinnen. Darum gibt es mittlerweile auch ETFs, die eine fixierte Laufzeit haben. Das heißt, die Anleihen im ETF sind auf einen festgelegten zukünftigen Termin hin ausgerichtet. Wenn du dein Geld dann aber weiter anlegen willst, dann musst du das an einem einzigen Stichtag machen. Und wenn es dumm läuft, können genau dann die Konditionen sehr ungünstig sein. Das heißt, du hast bei einem Laufzeiten-ETF ein hohes Wiederanlagerisiko. Daher werden bei den meisten Anleihe-ETFs die Wiederanlagezeitpunkte gestreut. Eine Streuung hat eben auch in der Hinsicht viele Vorteile und von den Vorteilen einer Streuung über die Bonitäten bei Unternehmensanleihen mal ganz abgesehen. Lass uns doch vielleicht noch ein Stückchen weiter fachsimpeln und zwar nochmal mit Blick auf die Funktionsweise von normalen Anleihen-ETFs. Wann werden in dem rollierenden ETF-System denn Anleihen verkauft oder eben nach Auslaufen ersetzt? Andreas, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es bei Anleihen im Gegensatz zu Aktien eine mehr oder weniger umstrittene Gewichtungsmethode gibt. Darum gibt es hier auch eine größere Vielfalt an Austauschkriterien und in der Regel auch viele zusätzliche Einschränkungen. Welche Systematik dabei konkret verwendet wird, ist in der jeweiligen Indexmethodik genau festgelegt. Was man aber sagen kann ist, dass der Wechsel fälliger Anleihen aus Gründen des Liquiditätsmanagements in den meisten Fällen schon kurz vorher erfolgt. Aber nicht nur auslaufende Anleihen werden durch neue ersetzt, so bilden viele Anleiheindizes und ETFs ein bestimmtes Laufzeitenband ab, beispielsweise Anleihen mit 1 bis 3 Jahren Restlaufzeit. Fallen Anleihen im Zeitablauf unter die Mindestlaufzeit von einem Jahr, werden sie durch geeignete neue ersetzt. Sehr verbreitet ist es auch, dass bestimmte Bonitätssegmente abgebildet werden, beispielsweise das Investmentgrade-Segment. Fallen nun einzelne Anleihen durch Rating-Herabstufungen unter das Mindestrating von 3 mal B minus, werden sie ebenfalls ausgetauscht. Karl, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ein oder andere Anleger, Anlegerin durchaus auch Anleihen kauft, weil man eben einmal im Jahr oder mitunter auch unterjährig, je nachdem, seine Zinsen erhält. Also die Auszahlung des Coupons ist dann ja nicht schlecht, wenn es das zwischendurch einfach mal gibt und man vielleicht das Geld auch für den Urlaub oder irgendwas ähnliches ausgeben kann. Kann denn ein Anleihen-ETF ähnlich wie eine solche Einzelanleihe eben diese Zinsen ebenso auszahlen oder wird das Geld im Fonds wieder angelegt? Wie sonst auch bei ETFs, man kann zwischen einer ausschüttenden und einer automatisch wieder anlegenden Variante wählen, je nach Geschmack. Bei der automatisch wieder anlegenden Variante spricht man auch von thesaurierenden ETFs. Dann lass es uns nochmal kurz auf den Punkt bringen, Karl, weil es doch, das muss ich zugeben, eine ganze Menge Infos waren, auf die man da doch zu achten hat. Was sind jetzt Anleihen-ETFs und wie unterscheiden sie sich von einzelnen Anleihen? Mit einem ETF kaufst du nicht nur eine oder wenige Anleihen, sondern einen ganzen Korb, der einen bestimmten Anleihenindex abbildet. Das heißt, wie auch beim Aktien-ETF folgt auch ein Anleihe-ETF der Entwicklung eines ganz konkreten Indexes. Im Gegensatz zu einer Einzelanleihe hat ein Anleihe-ETF aber normalerweise keine feste Entfälligkeit. Bei Einzelanleihen kann man die Auszahlung aus einer Anlage da sehr genau kalkulieren, denn die Termine, an denen die Zinsenkupons gezahlt werden und an dem getilgt wird, sind von vornherein festgelegt. Das macht sie vor allem für institutionelle Investoren interessant, die ihre Zahlungsströme exakt kalkulieren müssen. Für Privatanleger aber überwiegen meines Erachtens die Vorteile von Anleihe-ETF. Denn mit denen lassen sich die diversen Risiken viel besser diversifizieren, und zwar sowohl das Laufzeiten- als auch das Bonitätsrisiko. Gerade eine saubere Diversifikation ist aber für viele Privatanlegerinnen auch bei Anleihen extrem wichtig. Und noch eine weitere Frage, Karl. Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Handel, die zu beachten sind? Oder kann man Anleihen-ETFs jederzeit verkaufen? Nein, es gibt keinerlei Besonderheiten. Ganz normal handelbar an der Börse und jederzeit veräußerbar an der EF. Dann haben wir auch das geklärt. Vielleicht eine Frage zu den Verwandten der Anleihen-ETFs, nämlich die Geldmarkt-ETFs. Vielleicht liege ich da auch falsch, wenn ich Verwandte sage. Von denen liest man ja auch immer mal wieder. Was sind deren Vorteile? Als Geldmarkt bezeichnet man Zinsanlagen mit sehr kurzen Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten. Bei allen längeren laufenden Anlagen spricht man dagegen vom Kapitalmarkt. Als Privatanleger kann man am Geldmarkt nicht direkt investieren. Hier tummeln sich in der Regel nur Banken, die untereinander Geld verleihen. Geldmarkt-ETFs machen nun genau dieses Segment auch für Privatanlegerinnen zugänglich. Was die Verzinsung angeht, wird der Geldmarkt stark vom Einlagenzins der EZB beeinflusst. Das ist der Zins, den Banken von der EZB für kurzfristige Anlagen bekommen. Und Geldmarkt-ETFs wollen möglichst nah an diese Verzinsung rankommen. Dafür investieren sie in sehr kurz laufende Finanzinstrumente wie Tagesgeld und Termingelder, aber auch in Anleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr, beziehungsweise sogenannte Floating-Rate-Notes, das heißt Anleihen mit einer variablen Verzinsung, die deshalb auch fast keinen Kursschwankungen unterliegen. Geldmarktanlagen sind für Privatanlegerinnen eine interessante und jetzt endlich auch wieder verzinste Parkmöglichkeit für die Notgroschen. Oder um für bald anstehende Ausgaben Liquidität vorzuhalten. Für eine strategische Anlage mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sind sie aber nicht geeignet. Da gibt es selbst im klassischen Anleihebereich viel bessere Möglichkeiten, von den Renditechancen bei Aktien mal gar nicht zu reden. Also dann, wenn ich fragen darf, Karl, am Ende habe ich irgendwo doch verstanden, Anleihen sind super, aber nicht bei dir im Portfolio zu finden oder hast du nicht doch mal die eine oder andere Anleihe, die sich dahin dann verirrt sozusagen in deinem Portfolio? Ja, Andreas, du weißt ja, dass ich echt ein Aktienmann bin. Das heißt, in meinem Depot ist das fast 100 Prozent alles mit Aktien voll. Aber, ja, das passt vielleicht nie 100 Prozent zu meinem Alter, aber es ist ja nicht nur der Anlagehorizont ausschlaggebend. Also, Anleihen spielen bei mir fast keine Rolle, wenn dann nur ein ETF. Trotzdem, aber sind sie für alle, die nicht bereit sind, 100 Prozent Aktien ins Depot zu nehmen, ein wirklich wichtiger Baustein für die Stabilität. Ja, und wenn das Ganze jetzt eben auch noch Zinsen abwirft, wie endlich wieder, dann ist es natürlich umso schöner. Halt mal fest, das muss ja auch nicht jeder das Geld anlegen, wie Karl-Matthäus Schmidt, aber zumindest seine Tipps und Anregungen in diesem Podcast sind oft Gold wert. Und wir haben in all diesen Folgen ja auch schon eine Menge gelernt. Dankeschön für diesen Podcast, der alle zwei Wochen freitags erscheint, meine Damen, meine Herren, den Sie am besten abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen, die wir dann beantworten, so wie in diesem Podcast. Da gab es eine ganze Menge Hörerfragen zum Thema Anleihe-ETFs. Die Fragen können Sie unter podcast.querenprivatbank.de stellen. Sie können sich informieren. Wer also wie lieber lesen will, der kann das auch tun unter www.querenprivatbank.de. Und für heute sage ich immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Queren Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querenprivatbank.de senden können. Die Queren Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter querinprivatbank.de.